Coole Websites, wenn euch langweilig ist. Nummer 1, Forbass.io Hier könnt ihr herausfinden, wie viele Leute denselben Nachnamen haben wie ihr. Meine Nachnamenschneider haben anscheinend sehr viele. Nummer 2, ThisPersonDoesNotExist.com Auf dieser Seite seht ihr die Gesichter von Leuten. Aber diese Leute gibt es gar nicht, die wurden nämlich von künstlicher Intelligenz erschaffen. Wirklich verrückt. Nummer 3, Neil.Fun Hier könnt ihr das ganze Geld von Bill Gates ausgeben und kaufen, was ihr wollt. Ich kaufe ihr mal ein paar Wolkenkratze, eine Villa und... Ja, das Geld ist fast nicht weniger geworden.